So Leute, da sind wir jetzt wirklich zurück nach dem dritten Anlauf, den ich jetzt mache Leute, ich weiß ja, ich weiß nach dem dritten Anlauf haben wir es endlich geschafft, ne? Gut, wenn es Mitte jetzt eigentlich nicht verkackt von Counterplay her aber so in Oli aufpassen Hand in jungle, wie? Okay So jetzt muss ich fahren Ich hab sogar extra für dich, weil du so eine Mana-Schleuder bist, noch ein bisschen was mitgenommen Hey Hey Der hat mir Instant 200 Ich bohr mal hier ein Wort gleich Die zieht mir Instant 2, äh, die hilft mir ins Leben, ist mit den Schuhen schwer Mh, ist mir aufgefallen Hab dir die irgendwo mal gesichtet? Äh, nein Von wem? Ich hab keinen Bock, dass ihr kämpft Sooo Ich mach meine Nähe erst Und bitte nochmal Ich kann Ich hasse sie so dermaßen Oh, ja Niederliegen mal auch nicht so dermaßen Und die kann nischt machen Und die steht aber meistens dann in dem Moment so beschissen Die Tiefen steht Ich muss einfach nur die Laning Phase überstehen Ich muss einfach nur die Laning Phase überstehen Oh, Junge, Fick dich Jo Fick dich Finde ich auch Warum, wenn wir alt Warum, wenn wir aufnehmen und Ultimate Runden machen oder vor allem, das ist immer gescheuert um Oh, komisch, Neu Ich hab gedacht, ich kann auch ausweichen Hey, guck mal, der kommt nur hier, Leit Ich lass ihn sterben Warum, wenn wir eine sehr gute Lehne Aber wollen wir nicht eigentlich nicht verarschen, nicht die geben, indem wir nicht Und es ist Teil von Elfteiligem Kostel auch Mann das ist ein Scheiß-Geld nun wie immer es gibt es wo ich kaum in Geldchen kann Naja der ich hätte es mit drauf basieren rein zu vor ich reingerannt bin hat mich das Team schon fast gekehlt immer mittlerweile aus anderen Runden Komfort nach der Nudier das Recht ist ein ich komme jetzt vor sich vor geht es auch eine Runde mit Lohr Kameraden so alle in der Vorbereitung und nicht mehr die auf die Hälsch hast du ich kann nicht nun mit nur dies war ein schwuler Speer von der Liga klaren Läge in der Welt aber ich habe die Erspotten bekommen genau Oh, im Hotschoß. Natürlich gehe ich jetzt nicht weg. Hier portet sich einer. Ist der schnau. Der wird niemals porten. Oh, ne. Jetzt ist der weggelacht. Hm, hm, hm. Schlepp zu hart. Mehr irgendwie nicht wenig von. Oh, sorry. Der bitte ist nicht zu helfen. Die will es ja nicht mehr. Oh, da drüben ist doch ne Dings drin. Ich hab F und alles gemacht und ist böse nicht. Jo. Aber die Geni erscheinen zu carryen also. Aha, gefällt mir nicht. Ich kann maximal versuchen zu verteidigen, okay. Okay, welchen Trauer nach Wort hat du dir eigentlich gut, dass du der Teil her. Äh, die kannst du auch so einsetzen, ne? Ich würde gern schneller da unten sein, aber geht nicht. Geht durch. Ne, geht durch. Geht einfach nech. Scheiße, Alter, der Ping ist gerade, bah. Hm. Gut, okay. Okay. Ich kann noch mal eins. Ein bisschen top halten. Hat halt was gegen die Nieder in der Hand. Zwei. Zwei. Ich komm vielleicht ein bisschen farb. Bam, bam, bam. Hey. 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 Ich muss Level 6 werden. Aber unbedingt, ne? Ja. Ich brauche Level 6 für die Ulti. Er kann 6 ist unten, ne? Ja. Super. Das ist nicht super. Doch. Für dich, für uns nicht. Warum, was ich mal mit kann? Ich brauche es mal ein bisschen. Oh, wow, wow. Ich habe meine Ulti verkackt von da, aber ich habe sie nicht gefunden. Okay. Das kutscht doch an. Oh, das kutscht. Ich tue einfach mal hier easy mich hochfahren. Hm. Ja, aber das ist voll am Verloren. Voll am Verloren. Mein Deutsch ist gut. Weißt du, wie ich meine? Deutsch gut. Jetzt habe ich Ulti, Nahtol. Zwei Worte hinweg. Ich habe bloß nicht ab. Das ist okay. Lalalala. Ich muss sehen, ob wir die wegengagen können. Ich habe hier extra mal so ein bisschen gewordert. Wie sie nicht instant flasht. Hm. Schlimm. Schlimm. Schlimm am Arsch. Lass mal Drake machen. Obwohl, ne. Rennen. Warum? Ist der Drake geworden? Setz mal an Bord schnell. Hm. Habt ihr da rein irgendwo? Ja, dafür recke ich jetzt auch. Nicht, wenn ich was verhindern kann. Oder nicht. Naja, ich konnte nach Borden. Weil ich das hier da Drake machen. Das gehe ich auch so rumflash rein. Ignite den weg und sterbe halt. Aber Glaube macht's mehr, ja. Boah, die Nieder. Was die für ein DMG zieht. Das war arschklar. Wer ist der Nächste, der tot ist? Fisch. Fisch. Zeufe, Zeufe. Was ist Zeufe? Löff. Zeufe. Guys, please stop. Zeit. Tzf. 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 um was machst du und wenn sie über die Sunde bleiben weiter auf der Lehne der Einrichtungen jetzt ist es nicht schrieben was Prozent wenn der Landtag waren wir auch wollen können und ich habe gehört Ja, ich kann es nicht. Zumindest in dem Maße, Englisch wie ich beherrschte, zu probieren. Oh, Latter. Oh, oh. Das war nicht mehr schwer, mich zu killen, deswegen. Junge, geh drauf. Die hast du. Oh. Das ist eine Scheiße, Runde. Das ist eine Scheiße, Runde. Vielleicht nicht dazwischenwerfen dürfen. Das ist eine Scheiße, Runde. Es ist ein Sprechstück, das ist ein Sprechstück, das ist ein Sprechstück. Das ist ein Sprechstück, das ist ein Sprechstück. Finde ich auch. Das kann ich aber voll unerwartet. Heizbord, weil sie wäre nicht der Frost von L.L.C. Kur, und so. Das ist ein Sprechstück. Ja, wollte schon sagen. Da wurden an sich Frost-Effekte verändert. Da portet sich einer auf die mit... Oder zu Z. Nee, zu Z. Ach so. Mal gucken, ob ich's schaff. Bam! Nice. Wie ist es eins geschafft? Konnte halt den Trake nicht. Vielleicht ein Trake, aber... Wart nicht. Werd ich ein bisschen später machen. Werd ich nicht. Was getötet? Werd ich die Niederung kommen lassen. Jo. Dein Scheißröme. Das ist da wirklich gefädelt. Die Niederhoff sind richtig. So, also hier unten ist schön geworden, wen's interessiert. Weißt du, was mich ein bisschen stutzt? Das da. Weil ich trotz, dass die Lening-Präsidenten nicht so scheiße war, trotzdem 20. Warum mehr als der Schau? Mh. 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 Oh. Mh. auch nur und auch hier und ohne aber nicht so ähnlich und so aufnimmt und er kann das nicht so gut das so ein Typ aufnimmt Komm, 8 für den Börs. Null und weniger. Ich muss ja nur hochwerfen, mehr brauche ich nicht. Yay. Ah ja, ich brauche Schuhe. Ja, fällt mir dazu nicht ein, sorry, aber... Die Niederwilfs aussieht zum Drake. Oh, verdammt! Wie knapp. Also, wenn man mal Ulti brauchen, ich habe. Ich meine gerade an, ja... Äh, wie verkackt, weil ich habe nicht gewusst, dass es so viel Rüstung ist. So, fang. Weiter. Äh, Level up. Mal hin. 3-1, so eine Scheiß-Statistik. Null. Fünf. Null. Mh, nieder. Ne, Udi zockt anders. Was? Nein, Udi zockt nicht 05. Ich spiel 05. Und Pist, du spiel 05. Ja, ist klar, ich habe die Wiege feadet. Geh, da weg. Ja. All time, I fead. Und warum? Oh, ich habe dir gerade noch mein E hingeschmissen, aber hat, glaube ich, nicht geklappt. Aber ich werde gleich sterben. Ja, das ist all time. You're alright. Alter, du sollst dir die nicht torken nebenbei. Niederjungle bei uns oben beim Tower. Ich gehe mal mit. Da portet sich doch wieder jemand. Was machte denn? Ich habe nicht gedrückt. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Das pisst mich an. Lasst gleich aufgeben, schmeiß die Aufnahme weg. Nö. Nee, wir sind ja ungeschnitten, ne? Wir sind ungeschnitten und sensiert. Stimmt, ja. Aber dafür rasiert. Jetzt kommt's, Gamer rasieren sich doch nicht. Bö, 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 bö. Gucken, wer jetzt Nein drückt. Wenn jetzt einer Nein drückt. Wer war's? Wem muss ich killen? Der Nein gedrückt hat, da will ich ein 101. Nee, 113-on-1. Bin dabei. Wir müssen nur rausfinden, wer es war. Ich lade ein. Also, wenn ich die... Wenn wir denjenigen... Der Fisch verkackt. Ja, kick weg. Kreis. Ach, ist kein Damage. Ja, wir werden drückt. Der, den brauchst du, ja. Wer war's? Wer war's? Ich nicht. Wir müssen jetzt... Kannst ja jetzt mal fragen, wer es war. Wollen wir jetzt eins gegen drei machen? Da kommt eins gegen drei gegen Honey, klar. Okay. Nee, ich hab mir Nein. Ich hab mir Nein gedrückt. Dein Ernst? Das hätt man noch gewonnen. Hä, logisch. Ha, 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 ha. Nee, haben wir nicht. Das wirklich Nein gedrückt. Alter, Report. Report all for fucking. Hier, ich glaube ein. Na ja, dann. Ciao. 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 Homos.